Jemand, der nicht gestorben ist, den gab es nie. Wie kann man eine Existenz auslöschen, indem man alle Spuren tilgt? Kantaten haben eigentlich immer die gleiche Handlung. Eine Frau wartet darauf, dass der Mann zurückkommt und wird wahnsinnig. Er ist gestorben, er ist weg, er hat sie verlassen und sie geht in den Hades, um ihn zu retten. Diese ganze Geschichte ist so ein bisschen wie vom Händel ausgehend. Hat es was mit Imagination dieser Frauenfigur zu tun? Wir wissen nie ganz genau, ist das, was hier erzählt wird, Realität? Oder findet es nur im Kopf statt? Oder fanden es mal statt? Ich muss ihn retten, er ist in der Hölle und der Fährmann sagt, die Hölle ist eine Idee, die Hölle ist eine Idee. Die Hölle gibt es gerne.